Jeder von uns ist wie ein Superheld. Das Leben steckt voller Überraschungen. Das War-Team wird bis zum Ende kämpfen, auch wenn es unmöglich scheint. Ein perfekter Freitagabend und ein toller Film mit eurer Freundin. Ihr habt eine super wichtige Mission. Esst nicht das Popcorn, bevor eure Freundin zurückkommt. Ist das zu schaffen? Ich probiere nur mal kurz. Der Vorspann ist so spannend, dass ihr die Kontrolle und die Mission vergessen habt. Wo ist das Popcorn? Ich habe dich gebeten, nicht zu essen. Der Zimmerservice muss auch super Kräfte haben. Eine Bestellung schnell zum Zimmer bringen, ist schwieriger als man denkt. Ich wünschte, ich hätte einen dritten Arm. Ein Bürojob ist nicht so sportlich. Aber manchmal möchte man sich wie ein NBA-Star fühlen. Trainere weiter, du schaffst es irgendwann. Und dann loskam! Schon wieder daneben. Ich will dich als Kopfschmerzen. Es ist immer gut. Ich will dich als Kopfschmerzen. Ja, drei Punkte, sie hat's geschafft Das erste Date ist eine magische Zeit Ihr könnt Stunden damit verbringen, über alles zu plaudern Und alles andere ist wie ausgeblendet Natürlich darf auch ein Selfie nicht fehlen Oh nein Der Akku ist sehr leer Naja, da kann man nichts machen Aber ich weiß, was zu tun ist Vertrau mir einfach Dies ist keine Aufgabe für Schwächlinge Ich bin fast da Warum dauert das so lange? Helden brauchen manchmal auch eine Pause Diese junge Frau hat die Macht, in nur 30 Minuten bei einem Date zu sein Aber bei diesem Kopfsteinpflaster hat sie ein echt großes Problem Wenn ihr es wirklich schaffen wollt, dann findet ihr bestimmt eine Möglichkeit Etwas zu essen ohne den Lippenstift zu ruinieren, ist eine echte Herausforderung Aber sie macht das ganz gut Mit einem Strom zu trinken ist sehr schwer Na gut, dann trinke ich Wasser Oh nein, daran hat sie nicht gedacht Wenn ihr euch nicht konzentriert, könnt schnell mal die Mine abbrechen Keine Panik, noch kannst du es schaffen Ja, ich hab's geschafft Ein Mädchen mit rotem Nagellack Dies könnte der Beginn einer sehr interessanten Geschichte sein Wenn ihr Freund anruft, ist es Zeit, eine schwierige Entscheidung zu treffen Abnehmen oder die Maniküre nicht ruinieren Nein Die Mädchen waren so vertieft, dass sie die Zeit völlig aus den Augen verloren haben Und haben gar nicht bemerkt, was drumherum passiert Äh, wo ist dein Ohrring? Verdammt Wenn ihr in einem Büro arbeitet, könnt ihr euch bestimmt ein Ladegerät von jemandem ausleihen Aber in einer Handtasche etwas zu finden, ist einfach unmöglich Bei eurer Suche findet ihr die unglaublichsten Dinge, die ihr je gesehen habt Und ja, bis ihr dann geht es weiter Und ihr könntet sogar im Inneren verloren gehen, wie im Bermuda-Dreieck. Das Smartphone kannst du jetzt vergessen. Eure Freundin braucht eure Hilfe. Ihr müsst euch um die Bettdecke kümmern. Ihr müsst sehr kreativ sein und eure gesamte Gehirnleistung einsetzen. Kopfhörer zu entwirnen ist einfacher. Heute ist es sowieso nicht so kalt. Wir brauchen die Bettdecke nicht. Hat euch unser lustiges Video gefallen? Dann schreibt uns, welche Mission ihr mal bewältigen musstet und wie ihr es geschafft habt. Abonniert unseren Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schlagt auch auf die Glocke, damit ihr kein Video von War Motion verpasst.